Heute spielen wir gegen die Osterhasentruppe und es wird richtig schwer. Heute brauchen wir Eier. Wir brauchen Eier. Wie in der Videoanalyse besprochen, haben wir eine Schwachstelle in der Innenverteidigung. Dort spielt Hoppildihopp. Der ist seit drei Spieltagen verletzt und hoppelt da irgendetwas zusammen. Immer wieder mit Tempo auf ihn rauf. Auf der Sechs spielt Schlitzohr. Der hat es faustdick hinter den Ohren. Wie er die Bälle verteilt, wie er die Haken schlägt, an dem müssen wir eng dran sein. Vorne im Sturm spielt die falsche Neun, genannt auch falsche Hase. Der darf nicht eine einzige Torchance haben, Männer. Nicht eine einzige Torchance.